Auch digitale Signale werden im Endeffekt analog übertragen und funktioniert etwas vereinfacht so, dass man einfach die Spannung, die sich hier wechselt, wenn sie über einen bestimmten Schwellwert ist, wird es als 1 interpretiert digital und wenn sie unter einem bestimmten Schwellwert ist, als 0. Durch Dämpfungen oder Überlagerungen von Signalen kann es aber dazu führen, dass einfach nicht mehr so ganz perfekt unterschieden werden kann zwischen einer 1 und einer 0 und dass das eine oder andere Bit etwas umfällt. Ja, dann wäre es natürlich schön, eine Möglichkeit zu haben, festzustellen, ob in diesem Code Fehler sind und wenn, wo sind sie und vielleicht sogar, wie man sie korrigieren kann. Und genau darum geht es in diesem Video. Wollen wir Fehler erkennen, so ist es notwendig, redundante Informationen hinzuzufügen. Also Infos, die eigentlich zwar doppelt sind oder dreifach sind, aber notwendig, damit wir eben erkennen können, ob ein Fehler da ist. Die einfachste Variante ist, dass wir eine Checksum oder einen Parity-Bit dazugeben. Das ist relativ simpel. Wir zählen die Anzahl der Einsen und wenn diese gerade ist, dann geben wir als Paritäts-Bit eine 0 dazu, beziehungsweise wenn sie ungerade ist, geben wir als Paritäts-Bit einfach eine 1 dazu. Was wir dadurch erhalten, ist einfach eine Summe, mit der wir prüfen kommen, ob in dieser Binärwurst sozusagen irgendwo ein Fehler war oder eben nicht. Ja gut, das lässt sich nun für kurze Sequenzen machen oder eben auch für lange Nachrichten. Also bei längeren Nachrichten, wie hier, wer Lust und Laune kann das ja mal dekodieren, aber in diesem Fall wären es 401 Einsen, also ist das Paritäts-Bit damit, wer auf eine gerade Zahl kommt, eine 1. Wenn irgendwo ein Bit umfällt, dann wird eine ungerade Anzahl von Einsen sein und dadurch kann erkannt werden, dass es sich in diesem Binärstring irgendwo einen Fehler eingeschlichen hat. Das Problem ist nun natürlich, wir wissen nicht wo und wir können nur genau einen Fehler prüfen sozusagen. Ja, zum Thema wo und so könnten wir jetzt oder auch zur Lokalisierung könnten wir auch noch eine einfache Idee machen. Wir sagen einfach, okay, wir machen nach jedem Byte oder nach allen zwei Bytes oder so gleich das Paritäts-Bit. Das heißt, wir geben viel mehr Redundante Infos dazu. Ja, die braunen hier sind dann die Paritäts-Bits des Bytes vorher sozusagen. Und dadurch können wir schon genauer einschränken, wo ein Fehler ist, aber noch nicht ganz genau. Also wir können schon sagen, okay, in diesem Byte, in diesen 8 Bit sozusagen, irgendwo hier ist etwas umgefallen, aber wir können noch nicht sagen, wo genau. Wir wissen auch noch nicht, also wir können den Fehler daher auch noch nicht korrigieren. Aber das wäre mal eine sehr einfache Variante mit dieser Jackson. Ja, eine Lösung für das Thema ist jetzt der Hemming-Code. Und mit der Hemming-Codierung können wir nicht nur Fehler erkennen, wo diese sind, sondern auch beheben und lokalisieren. So, wie kann man sich diesen Hemming-Code nun vorstellen, der selber Fehler findet? Und zwar machen wir folgendes kleines Beispiel. Wir haben vier Bits und wir haben drei Paritäts-Bits. Die Paritäts-Bits sind sozusagen unsere Checksums, die eben für die Fehlererkennung und die Fehlerlokalisation zuständig sind. Ja, und das kann man sich jetzt so vorstellen. Wir zeichnen einfach drei Kreise. Da sind die vier Bits vorhanden und jedes Paritäts-Bit sozusagen ist für die Überwachung von drei der Bits zuständig. Und wie man hier sieht, bei den Überschneidungen gibt es immer entsprechende Überschneidungen, beziehungsweise Bit4 von allen drei und die anderen jeweils von zwei Paritäts-Bits. So, so ähnlich wie bei der Checksum, die wir schon gerade gesehen haben, passiert jetzt Folgendes. Und zwar, dass sich das Paritäts-Bit P1 berechnet, indem man von P1, P4 und P3 entsprechend die Einsen zählt. Und wenn das eine gerade Zahl ist, dann ergibt P1 eine Null und ansonsten eben eine Eins. Machen wir ein Beispiel. Angenommen, Bit1 hat den Wert Null, 2 hat 1, 3 hat 1 und 4 hat 0. Dann ergibt sich für das Paritäts-Bit P1, Bit1 hat 0 plus Bit4 hat 0 plus Bit3 hat 1. Also eine Eins, das ist eine ungerade Zahl, deswegen ist P1 eine Eins. Gleiches für P2 und für P3 dann entsprechend die Null. Kurz kontrolliert, Bit3 hat den Wert 1, Bit4 hat den Wert 0, Bit2 hat den Wert 1. Ergibt zwei Einsen, ergibt dann sozusagen für die Parität, weil 2 eine gerade Zahl ist, die 0. Gut, was bringt uns das? Anstatt von 4-Bit müssen wir 7-Bit übertragen, okay. Aber, wie gesagt, was bringt uns das jetzt? Wie können wir dadurch erkennen? Und zwar machen wir jetzt folgendes, wir nehmen dieses Beispiel her und sagen, ein Bit ist uns umgefallen, zum Beispiel das hier, das zweite. Na gut, wenn wir jetzt sozusagen diese Bit-Folge übertragen, dann, und man rechnet entsprechend die Paritäts-Bits aus, dann kommt das raus. Ja, wir sehen, okay, für Paritäts-Bit 1 wird das erste Bit verwendet, es wird das zweite Bit verwendet, das vierte Bit verwendet und das dritte ergibt in Summe ein Paritätswert von 1 und wir haben auch einen Paritätswert von 1. Das passt. Für das Paritäts-Bit 2 wird Bit 1, Bit 4 und Bit 2 addiert, wobei Bit 2 ist ja umgefallen, da ist aus einer 1 eine 0 geworden, dadurch sind jetzt drei Nuller und wir erhalten einen Paritätswert von 0, haben aber in Wahrheit 1. Und beim Bit 3 ebenfalls fehlt uns was um und der Paritätswert stimmt nicht mehr zusammen. Ja, also zwei von drei sind uns umgefallen und wenn wir uns jetzt das Diagramm ansehen, dann sehen wir auch, okay, wo überschneiden sich denn die zwei, die umgefallen sind? Genau beim Bit 2. Also wissen wir auch, dass Bit 2 ist umgefallen und wir könnten das korrigieren. Ja, und so geht es nicht nur mit entsprechend 3- und 4-Bits, sondern auch mit mehreren und jetzt sehen wir uns dann den Algorithmus an. Ganz nebenbei, das lässt sich auch mathematisch gut lösen mit entsprechenden Einheitsmatrix, Matrixmultiplikationen etc. Aber gut, der Algorithmus ist jetzt mal spannend. Wie kann man sowas eigentlich programmieren? Also sehen wir uns an, wie der Hemming-Code jetzt funktioniert, indem wir ein beliebiges Datenwort einfach verwenden. Also irgendein Binär-String, in diesem Fall mit 8 Zeichen. Er kann aber beliebig lang sein. Das System funktioniert für beliebig lange Strings oder Zeichenketten oder Binärketten. Wisst schon. Gut, also wir nehmen dieses Datenwort und jetzt brauchen wir ein paar Stellen mehr, weil wir ja eben diese redundante Information abspeichern müssen, um Fehler zu erkennen. In diesem Fall sind es um 4-Bit mehr. Warum? Ist deswegen, weil wir hier an den bestimmten Binärstellen 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3 und so weiter, 2 hoch 4 und so weiter und so weiter und so weiter, entsprechende Prüfbits einbauen. Und zwar genau an diesen Stellen. Das ist das Entscheidende für den Algorithmus. Ja, und an der Stelle 2 hoch 0 nehmen wir das P1, dann das P2, dann das P4, dann das P8. Also das P bekommt die Zahl mit der entsprechenden Stelle. Das ist unser Prüfbit, unser Parity-Bit, wenn man so will. So, die restlichen freien Stellen füllen wir jetzt einfach mit dem Originalkode auf. Logischerweise verändert sich der durch diese Binärstellen oder durch diese Prüfbits, aber das macht ja so erstmal noch nichts. So, jetzt haben wir das aufgefüllt. Jetzt sieht man auch, dass hier logischerweise 12 Stellen notwendig wären. Und jetzt ist die Frage, welche Paritätswerte haben wir hier? Was bekommt P1, P2, P4 und P8 für einen Wert? Ja, wie wir das mit der Prüfsumme gemacht haben, so ähnlich ist es hier auch wieder. Ja, und zwar, für die Bestimmung des Wertes von P1 starten wir an dieser Stelle und sagen, wir nehmen den Wert, überspringen 1, nehmen den Wert, überspringen 1, nehmen den Wert und überspringen wieder 1. Das heißt, P1, den Wert wissen wir noch nicht, also übersprungen die zweite Stelle, dann nehmen wir den Wert der dritten Stelle, das ist die 1, überspringen 4, nehmen die 0, überspringen die sechste Stelle, nehmen den 1er von der siebten Stelle und so weiter, bis wir irgendwann am Ende angekommen sind. Ja, und jetzt sehen wir nach, ob wir eine gerade Anzahl von 1en haben. Und wenn das der Fall ist, dann bekommt P1 den Wert 0. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bekommt P1 den Wert 1, damit wir eine gerade Anzahl haben. Ja, das Prüfbit stellt sicher, dass wir eine gerade Anzahl von 1en haben. Also einfach Modulo 2 dividiert. Okay. Dann nehmen wir diesen 1er, weil wir drei 1en haben, kommt eine 1 dazu als Prüfbit-Wert, damit wir eine gerade Anzahl haben und schreiben den an die Stelle. Wir ermitteln P2 und jetzt ist es so, für P2 nehmen wir immer zwei Stellen und überspringen dann zwei. Nehmen zwei Stellen und überspringen dann zwei. Also P2 selber wissen wir noch nicht, also nehmen wir die nächste 1, dann überspringen wir zwei Stellen, nehmen die nächsten zwei 1er, überspringen zwei Stellen, nehmen in diesem Fall wieder die nächsten zwei 1er. Solange bis wir am Ende angekommen sind, prüfen, ob wir eine gerade Anzahl von 1en haben oder nicht und geben bei einer geraden Anzahl eine 0 her, bei einer ungeraden Anzahl eine 1 her. Ja, für P4 jetzt machen wir das gleiche Spiel mit 4 nehmen, 4 überspringen, 4 nehmen, 4 überspringen und für P8 machen wir das gleiche Spiel mit 8 nehmen und 8 überspringen. So, jetzt haben wir den Hemming-Code mal generiert. Farblich gekennzeichnet die Prüfbits und weiß gekennzeichnet die Bits, die übertragen werden. Das ist der String, der übertragen wird. Doch was ist jetzt mit den Fehlern? Der Hemming-Code kann ja nicht nur Fehler erkennen, sondern auch die Position bestimmen und da der Fehler immer ein Binärfehler ist, können wir ihn auch automatisch korrigieren. Also nehmen wir an, dieses eine Bit an der sechsten Stelle ist uns von einer 1 auf einer 0 gefloppt, sozusagen. Und es wird jetzt sozusagen dieser Code gelesen mit dem Hemming-Code und mit dieser roten 0 statt der 1. Wie prüfen wir jetzt den Fehler oder wie kommen wir diesen auf die Schliche? Gut, indem wir einfach die Paritätsbit wieder hernehmen und entsprechend berechnen und prüfen. Und dann kommt folgendes raus. Also das Paritätsbit 1, wir wissen ja inzwischen, es hat den Wert 1. Das ist ja bereits berechnet und übertragen. Und wir prüfen jetzt einfach mit der gleichen Regel, eins nehmen, eins überspringen, eins nehmen, eins überspringen, ob dieses Paritätsbit auch den richtigen Wert hat. Ja, hat es. Beim Paritätsbit 2 ist das nicht mehr der Fall, da sich hier die 1 auf eine 0 geändert hat. Ja, da ist der rote 0 dabei. Und jetzt hätten wir eigentlich eine gerade Anzahl von 1en. Und das Paritätsbit ist aber auch 1 und das passt dann nicht zusammen. Das gleiche ist mit P4 und P8 stimmt wieder. Also wenn wir prüfen, wissen wir jetzt, dass zwei Paritätsbits, in dem Fall das P2 und das P4, einen falschen Wert liefern. Doch wie kommen wir jetzt auf die Idee, wo der Fehler liegt? Das ist jetzt eigentlich relativ simpel. Okay, P2 und P4 ergeben in Summe 2 plus 4 ist 6, also ist der Fehler an der sechsten Stelle. Und durch die Kombination der Binärzahl, beziehungsweise eben durch die Kombinationen, können wir jede beliebige Stelle hier rausfinden. Es sind halt dann immer mehr oder weniger Paritätsbits, die einen Fehler liefern. Erinnert euch an die Grafik, die wir hatten mit den Kreisen. Mehrere Paritätsbits sind für die Überwachung eines Bits entsprechend zuständig. Und demnach kann man dann die Position entsprechend ausrechnen immer. Ja, eine doch recht geniale Sache, dieser Hemming-Code. So, hier ein Beispiel in einem kleinen Programmchen. Ich habe hier einfach einen Text, den ich übertrage und hier entsprechend den Binärwert gleich mit Hemming-Code. Ohne Hemming-Code, beziehungsweise mit Hemming-Code. Und wenn ich Syntheta sage, dann wird der Code übertragen und in dem Fall mit einem zufälligen Bit, das flippt. Hier sieht man, hier sind vier Einsen, hier sind nur drei Einsen. So, würde ich jetzt dieses geflippte Bit einfach dekodieren, dann sehe ich, dass hier trotz Hemming-Code, wenn ich keine Fehlerkorrektur und Fehleranalyse mache, natürlich nicht vier am anderen Ende rauskommt, sondern ein T. Und mit dem korrigierten, entsprechend die vier. Also ihr könnt, wenn ihr wollt, diesen Code, das wäre der Binärwert, auch selbst mal durchrechnen, dass wir dann der Hemming-Code, geflippt wurde, Bit Nummer 5. Das wäre dann der Fehlercode, der übertragen wird und entsprechend erkannt wurde, Bit Nummer 5. Dann entsprechend der fehlerhafte Code, das wäre ein T und hier der korrigierte Code, in dem das Bit Nummer 5 wieder getauscht wurde auf das Richtige. Und hier sieht man auch, ja, mit verschiedenen Werten oder auch länger. Das funktioniert auch mit längerem Code. Und hier sieht man, okay, auch hier wäre ein Code geflippt, aus einem L wäre ein M geworden. Ja, oder hier aus dem T ein V. Einfach irgendwelche Fehler und hier der korrigierte Wert aus dem fehlerhaften Code inklusive Hemming-Code. Also irgendwie eine ganz coole Sache, da man nicht nur Fehler erkennen kann, und die Übertragung erneut stattfinden muss, sondern den Fehler auch entsprechend automatisiert korrigieren kann. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.